Ich geh recht drum. Wir sind auf der Flucht, fangen an zu laufen, Mensch. Ach, echt? Ja, klar, auf der Flucht. Leo finden. Vincent finden. Ach, Leute, wir müssen hier hoch. Ah, nee, ich kann aber hier hochkrettern. Ohne dich. Okay. Hallo. Hallo. Ah, nein, der rettet mir dran vorbei. Ah, hier. Gut. So, Vincent, ne? War cool mit dir? Oh, nee! Scheiße. Scheiße, ey. Ach, jetzt müssen wir hier in Deckung gehen, okay. Ist da unten ein Bulle? Ja, da unten ist ein Bulle. Ja. Warum hat das Spiel meine Kamera auch? Was? 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 Kamera Optionen. Das Spiel hat meine Kamera Optionen nicht übernommen. Warum, ey? Warum macht der das bei dir? Guck, man kann hier runtergehen. Ja, genau. Ja, links. Kommen die... Ich würde sagen, ganz links, oder? Warte mal. Geht der da? Ja, der geht. Ich würde gerade sagen. Okay, 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 okay. Take it easy. Hä? Ja, er einen. Ich? Ja, egal. Warum kann ich nicht weiterspielen? Sam, einen. Ist mir doch egal. Hä? Ja, da war doch ein Typ rechts gekommen. Sam, aber nicht. Ja, rechts. Ah, links doch nicht. Hier. Ah, okay. Da. Also, bleiben wir jetzt erstmal hier im Busch. Quatsch. Wenn wir ein bisschen Gas gegeben hätten, wären wir durch gewesen. Da hinten, der Typ. Ich seh dich gar nicht, Alter. Da bist du. Ey, warte, da hinten kommt einer noch hoch. Warte, 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 warte. Jetzt kommt hier der Held direkt. Vom Erdbeerfeld. An uns dran vorbei. Sollen wir den holen? Können wir den holen? Ne, wir können den holen. Leute, links kommt ja noch einer. Links kommt auch noch einer. Dann müssen wir hier rechts rum gehen, Mike. Hier rechts rum, ja, genau. Ne, einfach in den nächsten Busch hampeln. Ja, jetzt kommt der da aber wieder zurück, ne? Ja, den lassen wir auch kommen. Ja, ist egal. Bleib in dem Busch drin. Pass auf, neben uns ist direkt einer. Ah. Äh. Ja, komm. Hau ab. Go, go weg. Wie man auch so schön im Deutschen sagt. Pass auf, hinter uns der Typ. Lass mal noch durchgehen. So, jetzt können wir gehen. Go, go, go. Go, go, go. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Wie, da, 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 da. Ja, hier, jetzt hier. Jetzt sind wir hier im Busch. Wo bist du denn? Hä? Äh, ich bin rechts, ich bin direkt rechts in den Busch gehampelt, ey. Da, vor dir der Busch, da, da bin ich jetzt. da kannst du kannst du kannst ihn holen oder theoretisch gesehen so wird die theorie die praxis umgesetzt 2 hier vorne hier brauche ich dich ja genau das ist gut jetzt muss erwarten so ich mach den rechten 3 2 1 go wer mir auf die fresse gehauen hat der bulle man ich bin doch nur abgehauen aus dem knast da muss man doch mir die fresse hauen aber hat den quicksave gemacht er hat ja saugut gesaved gut 2 ja los zack da war das ist easy noch mehr bolentos bei mir hat das spiel gekrippelt der johnson weiß wie es geht das wie der wolf von pipe fiction der wusste wie es geht habe ich auch gehört er wusste weiß wie es geht ja johnson in dem büschchen bleiben naja 321 ich hätte jetzt den typen geholt aber ja warum gehe ich warum zieht mein stick nach rechts ok mit der kamera zu sondern da ok sie müssen jetzt draußen spiel es aus ja cool ja ja leute das war ja höre doch schon den hubschrauber in dem er gleich sitzen werden ob wir schon gesehen haben ok und 9 müssen da über die schritte oh mein ja 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 muss bestimmt rechts hin holen du links sind nicht rechts sind ja so am hier 32 ja 1 nein mir hat schon gestanden ich war ein bisschen zu spät dran ja bei mir auch ich habe einmal kurz gedreht gehabt noch mal weil ich nicht wohl wollte der eine drücke sieht aber auch ein super countdown dann muss man sagen 32 ja das war geil aber wenn ich jetzt hier so die kante gehe kann ich dann ja genau wenn du warte warte die trigger kommt ja genau dann machen wir counter wenn du an die kante gehst kannst du nämlich ganz bis an die kante gehen dann siehst du ja genau so 12 wie sie synchron umgefallen sind die hongs ja wir holen keine bummen von den mittler finde ich jetzt irgendwie schade jetzt gibt es erfolg ohne rum mein spiel schmeißt er mit erfolgen um sich ja aber echt ja ah god damn it hey let's go that way we should be able to sneak under the bridge what no no it's way too hot too ich bin für unter der brücke du wirst ja ich bin für unter der brücke du wirst ja ich bin für unter der brücke du wirst so hier steht keine wache die hier so den eingang bewaffnet unter der brücke durchzugehen naja so ist die police so kennt man sie genau lieber irgendwo an der straße stehen und leute anhalten und auf die eier gehen das ist das was wichtiger ist daran verdient der staat nämlich viel mehr geld ja anstatt verbrecher zu jagen genau haben sie früher schon bei joint venture immer gesungen hüpf hüpf ja hier ist ja tatsächlich keiner ja wahrscheinlich fällst du jetzt hier gleich von der brücke runter weil du angst hast gut ich muss ganz ehrlich sagen er war auch hart für mich gedrückt x gedrückt am zaun der shopper gut guten tag hallo oh ich stehe direkt neben dir hehehe ich denke wir sind für heute sicher schau mal auf ich komme zurück ok was ist das muss man da machen das oh nein lol so kennt man das von den armebrücken ey die sind genauso scheiße in schuss wie unsere hast das spiel mit dem rangefrauber mit der g-klasse gesehen ja rangefrauber total im arsch die g-klasse ist auch dem motto hä ich sehe was hehehe irgendwas hat gejuckt hat er wahrscheinlich gar nicht richtig gemerkt weiter muss äh warte mal muss ich dich irgendwie ja achso achso ich muss da hinten irgendwas machen ok mach mal du musst die tür auf machen boah stell mal vor du müsst dich über die brücke so drüber hangeln ey bei so ner höhe ey boah alter ey ja stell mal vor stell mal vor du müsst bei der höhe drüber springen muss ich ja machen auch geil ja so ich muss dich halten ich muss dich halten ok professionell aus dem stand gesprungen geil wie er sagt ich fall wenn du mich nicht festhält ey geil ich hätte ich hätte auch keinen anlauf dafür geholt ne dafür nicht ne warum auch sie um elfmeter schießen brauchen wir auch keinen anlauf boah war unser spiel gestern schlecht aber wir waren ja auch wieder nur das ist ja was auch über uns über uns die typen da die sehen dich ne doch nicht ne doch nicht ne 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 also da hat es sich grad zu bewegen bewegt aber ne was meinst du Brasilien oder was wir waren wirklich nicht so toll und die brasilianen brasilianer ja und aber war halt not gegen elend irgendwie gegen spanien war mal besser auf jeden fall ok was hat hier denn für ein synchroner right trigger drücken synchron schwimmen warte mal gerade noch gucken ob ich hier irgendwas genau irgendein erfolg hier die axt des todes so ach die haben wir sogar gebraucht so macht man schloss wieder weg ja klar wir stehen auf gewalt die apokalypse haben auch keine zombie apokalypse scheiß spiel los das rising rein cool way out knast raus in die zombie apokalypse rein die zombie kalypse version das ist diese technik demos von der andere engine gesehen mit den gesichtern und so mit dem ray tracing und so ja gut ich mein licht ich komme hoch ich komme hoch ich kann nichts machen doch ja ja zurück hier da dauert natürlich jetzt zu schlagen du kannst sagen sag was sag was sag was look paul dein name ist paul und ich bin vincent wer klopft wem von uns geht es schlechter oder geschossen kommen denn die hunde jetzt auf einmal her und wir sind getrennt worden okay geile geile zeitlupe ich bin fast gegen den baum gelaufen diese beide vollstoff am schreien sind der schattenhund für den hund für den hund abkack geräusch ich muss dich auffangen hochi wohnt vincent hochi oh my god das ist cool gemacht definitiv geil geil das ist halt so ein bisschen ein spielbarer film ist aber geil ich finde das cool ich finde das cool mit dem koop mit dem splitscreen das ist geil gemacht ist im prinzip wie ein fahrenheit in koop ist doch geil ja das stimmt radioaktivität hey 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 just tell him this is the deal you either take it or not got it got it got it yeah 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 he says no it's too much risk the price most come down that's not gonna happen aber das ist der harvey das ist der harvey harvey davidson das ist der typ der den dicken angeheuert hat für den einen umzubringen im knast ach so ja das ist der der mir kalt machen müssen genau also der hat ja von dem einen anscheinend irgendwie einen freund kalt gemacht oder so ja genau you got it i don't give a fuck how just make it happen yes boss so you decided yes price down or no deal okay no deal ich will nicht� da habe ich hier der bad boy hohe hohe boah mein software ist installiert Wahasiiinn Wahasiiinnn Wahasiiinnnnn Magix Ich bin froh, ich bin froh. Untertitelung des ZDF, 2020